Ich wollte eigentlich anvisieren mit der Granate, weil du so nimmst, ne? Achtung, ich komme durch Durchbruch. Ich komme zum Haus. Micha, wieso sagst du da? Achtung. Wir sind weit weg von dir. Ich erzähl nicht, ich hab die Teams offen. Ich brauch dich eigentlich bloß über den Haufen schießen, das Zeug nehmen. Ja, würde ich aber nicht sehr freundlich finden. Achtung, ich mach unten die Tür auf. Wann, Achtung. Alles gut. Achtung, ich hab hinten an der Trab. Achtung, ich bin hier oben. Achtung, ich glaub ich hab da oben was gesehen. Oben Construction. Was vorbeihuschen. Achtung. Achtung Licht. Achtung, ich bin hier. Achtung Licht. Achtung Licht. Achtung Licht. Oh, merci. Jetzt geb mir meine zwei Ifangs wieder zurück. tinhaung Licht geschafft. Ja, warte. Jungs, der ist die Rückagerne. Big片, die dabei kommen. Für die Birchung. Achtung Jungs ich bin am Ausrüsten Achtung ich komm Achtung Metalltreffel Achtung Metalltreffel Achtung Metalltreffel Achtung ich bin draußen Achtung ich mixe das Scope Achtung Jungs Jungs wo seid ihr jetzt Achtung ich komm mega schnell Achtung ich packt euch zu Achtung ich десятile 영 westen Achtung hier Komm ich rechschen Das sagt ich Hol stein Ich bewege aus Stimme Das sind妳 Ich habe schon ein Nimm wieder das mit. Aber nicht verrecken jetzt. So muss ich es mir wieder nehmen. Ich hab schon einen so gefunden, war aber so fieses. Achso? Junge, reg den Zucker raus. Reg den Zucker raus. Ich hab ja, das sind auch fünf Stück. Kannst du auch, wie soll ich da jetzt haben willst? Nee, nee. Warte, mit dem verkehrt, Alter. Wer ist an der Kiste? Waffenkiste? Ich hab gerade einen umgebracht. Drinnen. Da muss noch einer sein bei euch. Einer Minus? Ich hab auch einen. Der Idiot, der hat gar nicht mitgekriegt, dass ich den hier... Licht, 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 ist da einer von euch? Ja, Schwitze hat gerade die Quest abgeschlossen. Ich liege nicht. Ich hocke. Nee, nee, das... Nee, nee, schiesst drauf, schiesst drauf. Schwitze. Das ist auch verrabbig, die blöden Wichser. Das ist... Ich hab den anderen, der steht ja drinnen an der Kiste. Verbinden Sie einer von euch? Nee, ohne, ohne. Machen wir weg. Drei Mann, Alter, wir haben gerade ein Dreierteam weggemacht. Oh je, ich mach das nicht, ich hab's auch nicht weggemacht. Ja, ich bin, ich bin ja drüben ins Zelt, ich hab... ... hochgelaufen. Du musst, pass auf, pass auf, die Hilfe gleich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dieser Pisser. Nein. Ich bin raus. Ich auch. Ich nicht. Das find ich ja herrlich, Alter. Ich bin der Einste, der stehen bleibt, oder was? Hast du den Arsch gerade dieses Mal? Lauf! Lauf! Der Busfahrer verarscht, oder? Der Busfahrer dieses Mal dich verarscht, der hat gesagt, du darfst. Bitte bleib stehen. Ich hab jetzt einen Finger gezeigt. Wer ist jetzt oben an der Treppe? Was? Wer ist denn jetzt hier oben an der Treppe? Ich bin in Toilette. Ich hab ihn, ich hab ihn. Mach das Brett zu. Wir haben geschlossen. Hier komm her. Warte, ich hab noch zwei. Ich würde gerne noch schmeißen. Schmeiß die. Schmeiß die richtig hinter. Das sind zwei. Welche Seite? Rechts oder links? Nach rechts hinter. Metall bist du, ne, Dings? Ja. Ah, Alter. Es leckt. Ich kann nichts machen. Ich kann mich selber getötet. Ja. Ey, ich bin jetzt im Scheißhaus. Lass mal ein bisschen konzentriert spielen. Nimm deine Nades mit. Was war deine Nades, ja? Sind die jetzt alle tot oder nicht? Hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Passt. Alter. Es reicht, Junge. Der ist schon lange tot. Ja, der Wurst. Ich dachte, Rotzen, Junge. Lass ihn nachladen. Endlich hat er es kapiert, Alter. Was ist das hier? Voll unschwerf eigentlich. Ich hab nur. Oh, ey, ich bin tot. Wo kommt das her? Du brauchst das bestimmt. Ja, ich brauch das nicht. Ja, ich bin tot. Oh, ey, ich bin tot.